Musik Wo FIFA 5 0 passiert, dass jeder freiwillig gesagt hat, wäre er auch... Das hat ja nicht den Spielspaß genommen. So, so, so. Und nochmal drüben? Ja, hab schon. Hab ich nicht, ja. Nee, der ist nicht mehr da. Nee, da musst du oben bleiben. Wenn dann... Aua, eh nicht dein Mann, da ist der Sturm. Alles gut. Na, dann wollen die nach hinten. Mittlerlos! Da hat man Schokolade essen. Ist beim Denken. Boah, eh. die finde ich gehen schön jetzt die kurz mit dem Y weiterleiten schön ah dann so ein Schuss ist jetzt einmal zu viel kommt schieß schön war ja klar, dass er nur an Fösten geht hey gut, was? so, gab es doch mal eine Regel, oder? gegen sowas also, dann gut, nein gut, nein user disconnected from your channel ach, zu kurz gedreckt aber es war doch gut aus bis dahin was macht ihr denn da hinten? schön oh, scheiße bisschen genauer da sind nur ganz kleine Abstimmungsfehler jetzt das kriegen wir hin und sich schon gegenseitig um oh, schön hast du den drin, oder hat er den einfach so gemacht? nein ich hab den drin ich hab nichts gesehen, aber gut machen die Bots jetzt mehr Spaß machen die Bots jetzt mehr Spaß nicht nur die Bots na gut, jetzt haben wir einen Fehlpass, aber ja, gut ja, gut ja, scheiße ja ich hab mit Y gerechnet was war ich stehen geblieben ich hab scheiß, durch TeamSpeak geht das nicht ich kenn das ich hab mit ich hab mit dabei wär's so einfach, ne? oh gut, ausgleichen die Rechtigkeit jetzt kann man loslegen fair play und genommen erst so gute Halbzeit ja weiter so, dann gewinnen wir das Ding die haben mehr Ballbesitz kann man gar nicht so vor na gut schnell noch ein Kaltgetränk ja glaub schon, ja da lauft dich mit ihm so sorry Hans, ich war im Kopf schneller im Stick war wieder zu langsam ja ich hab das ja schon bevor du den Ball nachgab das hab ich das schon gesagt ne, das kam aber erst wirklich in dem Moment als ich gespielt hab bei mir ich bin zu weit links ja, ich denk TeamSpeak das braucht so eine Sekunde oder was sehr schön sehr schön oh, das Spiel schnell war ich geh in Rückraum, du bist in die Mitte geht nicht, ich hab auf dem Rückraum gespielt hätte auch was sagen können übrigens wieder so ein Ding komm kurz dann gehst du dann gehst du krach ich will dir ausweichen ja, sehr schön ja, sehr schön jetzt sagt sich der Dormann macht einen Handstand von denen also ein Kopfstand reingebämst wusste jetzt nicht was ich da machen kann ich wollte nur mehr aus der Schusslinie raus naja, wenn du es nicht machst, dann mach ich es halt oh was denn?! ich hab mir gar nicht kommen ich muss doch mal alles pfeifen, Schiri, wenn du das pfeifst du hohren Kopf ein Zauberpass schau dir das Ding an komm, mach oh gibt's aber jetzt nicht, oder? hast du das auf Video? ja dann tu's als Fehl rein ich versteh nicht, warum er den falschen Fuß nimmt ich bin Linker und kein Rechter aber der lange Ball war auch geil auf dich ja, der war sauber gespielt er kommt ohne immer aber natürlich auch schön durchgesetzt danach, ne? ja muss man auch sagen dabei und da sind Botter drüben der geht wieder, der Trick ne, ich hab da nicht gefordert ne, ich kann auch ich fordere nicht ich hätte aber eher Bäder zu drücken müssen zu dem Schuss das fällt mir immer erst später hin das fällt mir immer erst später hin noch mal zu mir bin ganz frei ja, hab schon, hab schon ja, ich hätte doch vielleicht Y spielen sollen ja, aber vor dem das Tripling gehst ja, wie gesagt, das kam wieder genau das kannst du im Video sehen wenn der Ton kommt übrigens wenn der Ton kommt übrigens aber das lade ich auch nicht hoch oh ja, das das kann man schon hochladen möglicherweise, he? sieht gut aus boah, haut dann gleich noch weg boah, haut dann gleich noch weg boah, haut dann gleich noch weg wenn ich den rette und passen wär mir da zu riskant gewesen ich hätte ihn sonst nicht erwischt ja, warum ich? was machen wir? der macht also eh sauber da hinten wenn er Platz hat schön wär's gewesen ja Sekundenbruchteil haben wir da schon wieder ja jawohl treibt doch rechte ich sag machen wir halt rein oh oh treibt doch ich steh mehr auf was sie ist dein Fetisch war halt, Abschluss das schon nehmt schon nehmt, oder? mach das flache auf ne, macht er nicht ich probier's nochmal, Hans vielleicht weil ich gleich nach rechts tu aber dann hab ich Angst, dass er ganz nach hinten geht jetzt, so weit wie's geht ja, siehste, optimal ja, aber wenn der da dazwischen geht paar Schritte fängt er das ab das geht nur wenn wir zwei, drei Leute hinten haben bin er da ne, ich mein generell jetzt also die Variante ey, später, ja oi boah, ey ist das wieder Affenkack leider schön ja gut, wir müssen hier mehr als eins machen das ist ja richtig ja, nur Chris erwähnt welcher? der kommt erst der kommt erst der kommt erst um dreiviertel elf glaube ich der Chris Heath nein da kann aber keiner was dafür wir lassen die Bots stark nach das hab ich vergessen ganz vergessen naja gut naja gut ja aber spielerisch eine Steigerung ist ja auch schon mal was hat Spaß gemacht im Gegensatz zu den anderen Spielen im Gegensatz zu den anderen Spielen ich sag ja, es kommt ja viel über Stellungsspiel und über das hier Passspiel weil man einfach viele Leute ist, die einen anderen Spielrhythmus haben ich sag ja nicht, dass jemand schlecht ist aber dann passt das halt nicht wieder mich auf den ganzen und baut doch mit dem auf baut doch es muss man ja gut äh... die